Eurem YouTube-Kanal für Spielzeug und Geschichten Das ist der zweite Teil unserer Geschichte über Obi-Wan Kenobi und General Grievous Im letzten Teil haben wir gesehen, wie Obi-Wan und die Sturmtruppler General Grievous doch noch ausfindig machen konnten Mal sehen, wie es weitergeht Zugriff geht in Stellung, Männer Aber was machen wir mit den Droiden, die noch da sind? Na was wohl? Er schießt sie um Achso Sorry für die blöde Frage Meine Herren, alles klar und jetzt los! Wir werden geschossen Angriff, Angriff, Feuer frei Oh Mist, dieser elende Obi-Wan Taktischer Rückzug Wovor steckt sich General Grievous nur? Wir haben ihn ja nicht gesehen Wir werden von Ruinen beschossen Wir halten sie auf und ihr könnt ihn suchen Gute Idee Ich bin weg Grievous, da bist du ja endlich Das wird dein Ende Das war der zweite Teil unserer Geschichte über Obi-Wan Kenobi und General Grievous Alles deutet darauf hin, als ob uns ein Kampf bevorsteht Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann klickt einfach das kleine Video unten im Bild Wenn euch das Video gefallen hat oder ihr Vorschläge für neue Geschichten habt, dann kommentiert einfach das Video Wir antworten euch dann so schnell wie möglich Zeigt euren Freunden, dass euch unser Kanal gefällt und gebt uns einen Daumen hoch Die Geschichten mit den meisten Likes werden weitergeführt Bis bald, euer Pandido Kanal